Egal ob Sommer oder Winter, Frühling oder Herbst oder die anderen Jahreszeiten. Ein Arsch im Warmen ist immer schön. Dazu maßgeblich beitragen können Isomatten. Aber warum manche Isomatten ganz anders aussehen und funktionieren als andere und was eigentlich besser ist, darum geht's heute. Achtung, das heutige Video ist kein Test oder spezifisches Review, sondern mal wieder was aus der Abteilung Grundlagenkurs. Erkennt man auch daran, dass das Video am Dienstag rauskommt. Jedenfalls sind Isomatten zu jeder Jahreszeit relevant. Aber zu jeder Jahreszeit braucht es eigentlich eigene Herangehensweisen für den Untergrund beim Schlafen. Natürlich hängt das Thema Isomatte immer auch ein bisschen mit den Gegebenheiten zusammen. Also Zelt ja, nein, Schnee ja, nein und so weiter. Aber ein paar allgemeine Regeln für euren Isomattenkauf gibt's natürlich. Und die solltet ihr im Überblick kennen, damit ihr im Sportgeschäft, wo sich Berater als Sportartikel daharnen können, um nicht angesprochen werden zu müssen, nicht doof dasteht. Bei Isomatten gibt's erstmal einen großen gemeinsamen Nenner. Dieser Nenner heißt R-Wert, ausgesprochen Resistance Value. Und dieser Wert gibt im Prinzip an, welchen Temperaturen eine Isomatte standhalten kann. Dabei wird aber nicht direkt die Temperatur angegeben. Es wird ein Wert zwischen 1,5 und 7 angegeben, der bei höherer Zahl niedrigere Temperaturen als Gegenstück hat. Niedrigere Temperaturen ist pauschal gesagt ja schon mal gut. Der R-Wert wird natürlich durch die Isolation bzw. die Dämmleistung beeinflusst. Und dieser wiederum wird durch den Aufbau einer Isomatte beeinflusst. Und da gibt's verschiedene Varianten, die wir uns jetzt kurz nochmal anschauen, mit all ihren Vor- und Nachteilen. Zuallererst gibt es Schaumstoffmatten. Diese Schaumstoffmatten kann man in PE- und EVA-Matten unterteilen. Sehr günstige Isomatten, also Matten im Bereich 10 Euro, sind in der Regel PE-Matten. Die isolieren auch, kommen meist auf einen R-Wert von 1,5 bis 2 und sind demnach in warmen Nächten von 5 bis 7 Grad zu gebrauchen. Das ist meistens schon ausreichend viel Isolation für sehr viel Geld. Der nächste Vorteil der Isomatten ist, dass sie unglaublich robust sind. Man kann das Ding biegen, formen, falten. Es wird nichts passieren, was die Isomatte leicht zerstören könnte. Außerdem sind sie tatsächlich relativ bequem, weil sie eben einfach weich sind, aber trotzdem einen gewissen Grundwiderstand mitbringen. Großer Nachteil ist aber, dass diese Matten in ihrem R-Wert immer sehr begrenzt sind, weil man die eben nicht immer dicker produzieren kann. Denn, nächster Nachteil, sie sind eh schon relativ klobig, sieht man ja hier in der klassischen Ausführung. Außerdem sind sie für die Wärmeleistung im Verhältnis nicht besonders leicht. Doch der größte Nachteil ist eigentlich, sie sind zwar robust, aber leider in manchen Punkten auch sehr anfällig. Viele Nutzer sozusagen werden mit dem Verlust der Isolation über lange Zeit leben müssen, denn das PE gibt irgendwann langsam nach. Außerdem saufen sich diese Matten relativ solide mit Feuchtigkeit an, die sich ja im Winter zum Beispiel immer wieder mal findet. Wenig Geld, aber sehr eingeschränktes Anwendungsfeld. So kann man die Schaumstoffmatten aus PE ganz gut zusammenfassen. Aber bitte Vorsicht! Schaumstoffmatten gibt es auch aus der guten alten Eva oder auch anderen Kunststoffen. Das Coole an diesen Materialien ist, dass sie viel der billigen Nachteile nicht haben. Zum Beispiel sind geschlossen porige Isomatten immer noch relativ günstig zu haben, aber sind beispielsweise schon nicht mehr wasseraufnahmefähig. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Matten in der Regel etwas fester sind und damit auch nicht so schnell ihre Form verlieren. Einen ganz interessanten Vorteil hat man dann aber auch noch bei der Grundform der Isomatte. Man kann diese Schaumstoffmatten nämlich so herstellen, dass sie ein Noppen- oder Wellenmuster annehmen, was die Isolierung und damit den R-Wert in der Höhe letztlich steigen lässt. Aber das Gewicht überhaupt nicht beeinflusst. Denn zum einen haben diese Noppen den Vorteil, dass man automatisch mehr Distanz zum Boden gewinnt, ohne an Materialstärke zunehmen zu müssen. Zum anderen ist der große Vorteil, dass die Freiräume an der Oberseite ebenfalls wieder Luft einschließen und zwar auch die Abwärme des Körpers. Trotzdem haben sie immer noch Nachteile. Vor allem, dass sie immer noch klobig sind und das Packmaß einfach ganz schlecht ist. Geschlossenporige Isomatten beispielsweise aus EVA isolieren sehr gut, haben wenig Gewicht, sind teurer, aber noch immer sehr leistbar und haben letztlich ein Kackpackmaß. Hätten wir das Kapitel Schaumstoffmatten also einmal abgefrühstückt. Es gibt aber für uns Bergsteiger noch eine spannende Kategorie, nämlich die aufblasbaren Luftkammer-Isomatten. Ist, ganz wichtig, was anderes als eine Luftmatratze. Denn die aufblasbaren Isomatten funktionieren etwas anders im Aufbau. Grundsätzlich gibt es bei diesen Isomatten mehrere Ansätze, wie man Isolation schafft. Alle schauen ein bisschen unterschiedlich aus, funktionieren aber genau gleich. Die Isolation kommt maßgeblich durch die Distanz, die zum Boden aufgebaut wird. Ein großer Vorteil dieses Prinzips ist, dass mehr Distanz auch mehr Isolation bedeutet und dazu nochmal kommt, dass das Außenmaterial ebenfalls einen Einfluss auf die Isolation hat. Dicke, robuste Materialien oder gefütterte Materialien im Außenmaterial sorgen für besseren Schutz, vor allem auch vor Abrieb und Löchern. Die R-Werte dieser Matten können auch dank zusätzlichem Futter aus Daune beispielsweise ins fast Unendliche gesteigert werden. Deshalb sind R-Werte von 7 oder teilweise sogar 8, so wie zum Beispiel die Megamet von Expat, die bis 40 Grad minus isoliert, auch möglich. Das ganze Luftkammer-Isomatten-Thema hat aber natürlich auch einen riesigen Nachteil, den ihr kennen müsst. Aufblasbare Isomatten leben und sterben mit ihrer Luft. Ist die Luft draußen, ist die Isolierung quasi nicht vorhanden. Es ist gerade mal etwas besser als ein Zeltboden. Nicht nur, dass der Boden natürlich dementsprechend unbequem ist, es wird vor allem richtig, richtig kalt. Man verlässt sich also vor allem auf eins, das Dichthalten der Nähte und Verklebungen. Und das ist, da bin ich, von meiner Meinung nach ganz ehrlich, ein nicht ganz beruhigendes Thema für mich. Aber das ist natürlich auch subjektiv. Doch eines ist nicht subjektiv. Immer wieder gehen Isomatten, vor allem im Alter, auch einfach mal kaputt. Nähte reißen irgendwo auf oder auch die Verklebung der Ventile löst sich. Dann wird die Matte undicht und die Luft geht solide wieder aus. Natürlich gibt es dementsprechende Reparatursets. Bei hochwertigen Mattenproduzenten werden solche Sets auch mitgeliefert. Aber es ist dann eben immer noch kaputt. Ja, nur eben geflickt kaputt. Und so schläft es sich auf einem vielleicht minus 10 Grad kalten Boden nicht mehr so ganz beruhigt. Aber natürlich haben sie auch einen gigantischen Vorteil, nämlich Gewicht und Packmaß. Luft wiegt nichts und durch Ein- und Auslassventile muss man die Luft auch nicht mitnehmen. Das führt zu einem Packmaß, wo jede Schaumstoffmatte einpacken kann. Ich würde sagen, der Vergleich wird auch hier vor allem beim Nebeneinanderhalten eigentlich ganz deutlich. Auch hier nochmal zusammenfassend. Isomatten mit Luft haben den Vorteil, dass sie extrem gut isolieren können. Sehr klein und sehr leicht sind. Der große Nachteil ist, dass sie durch Beschädigungen durch den Boden oder auch Alterserscheinungen auch einfach während dem Einsatz kaputt gehen könnten und man sich dann ganz schnell, zumindest im Winter, in einer lebensgefährlichen Situation wiederfinden kann. Jedoch muss ich zum Schluss noch erwähnen. Aufblasbare Isomatten sind keine Orchideen. Sie sind schon für den Bergsport ausgelegt und halten das dann dementsprechend auch aus, so benutzt zu werden. Bei den aufblasbaren Matten gibt es jetzt noch zwei Modelle, wie sie aufgeblasen werden. Zum einen die Möglichkeit mit dem Pumpsack. Diese Variante geht relativ schnell. Es braucht zwei, drei Minuten, bis die Matte komplett prall gefüllt ist. Sie ist aber etwas mühsam und etwas anstrengend, beziehungsweise eben halt ein Aufwand. Dann gibt es auch noch Selbstaufblasbare. Die sind natürlich die komfortable Lösung in dem Fall, aber meist etwas teurer bei gleichem R-Wert und gleichem Aufbau. Ganz verzichten darf man bei aufblasbaren Matten, aber auf Pumpsäcke oder Pumpen definitiv nicht. Der Grund ist ganz einfach. Zum einen eine ganze Isomatte, vor allem wenn sie sehr voluminös ist, aufzublasen und das mit einem gewissen Stress, weil es eben kalt wird, kann tatsächlich auf den Kreislauf gehen. Zum anderen ist unsere Ausatemluft relativ nass im Vergleich zur Umgebungsluft. Diese Nässe zieht in die Matte ein und in das Innenmaterial, was zum einen die Isolierung verschlechtert und zum anderen die Schimmelbildung fördert. Deshalb, wenn aufblausbar, dann bitte mit Pumpe, Pumpsack oder selbst aufblasend für die Adeligen unter euch. Damit ist der Crashkurs zu Isomatten vorbei. Vielleicht kommt bei Zeiten noch ein Detailvideo zum Thema Länge, Breite, Dicke, Außenmaterial, Blabli, Blupf, was ihr euch kaufen solltet, wenn euch das interessiert. Wenn nicht, dann belassen wir es dabei. Wenn euch grundsätzlich die Alpenacademie interessiert, dann unterstützt das doch gerne mit einem kleinen Kaffee. Ich bin ja mehr so der Espresso-Trinker. Alle Infos dazu findet ihr hier eingeblendet. Außerdem schaut gerne im neuen Alpaka-Shop alpaka-am-berg.at vorbei mit neuen Alpaka-Produkten. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berghai.